Gestrickte Mützen sind toll, haben aber drei entscheidende Nachteile. Sie leiern schnell aus, sie kratzen an der Stirn und sie halten an den Ohren nicht unbedingt warm. Wie kann man da Abhilfe schaffen? Ich habe einen super Tipp für euch. Man kann ein Fließband einnähen und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ihr besorgt euch ein Stückchen Fließstoff, der schön dehnbar ist. Dann legt ihr den doppelt rechte Seite nach innen. Ihr messt euch 10 cm in der Höhe ab und ungefähr 25 cm in der Länge. Das ist dann ja doppelt genommen 50 cm. Dann schneidet ihr das Ganze zu, steckt euch die hintere Mitte zusammen und näht das Ganze mit der Nähmaschine. Dann habt ihr in der hinteren Mitte eine Naht. Ihr könnt euch das Ganze dann sicherheitshalber nochmal anprobieren, ob es nicht zu weit oder nicht zu eng ist und nachregulieren. So sieht das Ganze dann aus. Oben von innen, unten von rechts. Schön wird es auch, wenn man die hintere Naht nochmal ein bisschen auseinander dämpft, dann wird sie flacher. Dann nehmt ihr eure Mütze zur Hand und markiert euch die hintere Mitte und steckt euch das Fließband in die Mütze hinein. Ihr schlagt die Nahtzugaben ein nach innen. Das sind dann ungefähr anderthalb Zentimeter und dann sieht das Ganze so aus. Ich würde das Band ein bisschen nach innen versetzen, damit das nicht unbedingt rausschaut, wenn ihr die Mütze dann tragt. Und so viel nach innen versetzen sollte reichen. Genäht wird dann, ich habe hier eine Nadel, ich habe ganz normales Nähgarn genommen und genäht wird dann, indem ihr ein bisschen Faden von der Mütze fasst. Und genau durch die ungeschlagene Kante des Fließbandes stecht. Dann wieder ein bisschen von der Mütze. Dann wieder genau durch die Bruchkante des Fließbandes. Und das macht ihr in kleinen Schritten, vielleicht so einen halben Zentimeter Abstand immer. Und wichtig ist auch, dass ihr ab und zu mal gegen zieht, damit ein bisschen was von dem Nähfaden wieder reinkommt und euch das Ganze nicht zu stramm wird. Und das macht ihr die ganze Runde durch an der oberen Kante und an der unteren Kante. Und dann habt ihr eure Mütze winterfest ausgerüstet. Meldet euch bei Fragen und folgt mir gerne für mehr.